Schau sie an, schau mal, komplett quer über den Ellenbogen, rettet da und jetzt kommt der Rettungsanker namens, ich stelle mich auf, Augusto Fernandes, was für Bilder, er deckt ihn glaube ich auch noch auf, ja der hat dritten Hals, Augusto Fernandes kann sofort das Security anfangen, der bleibt einfach stehen und wir bekommen eine,